Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Musculoskeletales System, den Röfo-Podcast. Interventionelle Schmerztherapie mittels Ballonkyphoplastie bei Patienten mit Osteoporose-bedingten Insuffizienzfrakturen des Os-Sacrum. Andresen und Mitarbeiter untersuchen in einer Studie die Durchführbarkeit und Sicherheit einer Sacroplastie mittels Ballonkatheter nach einer Insuffizienzfraktur des Os-Sacrum und ermitteln die eintretende Schmerzreduktion. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Ballon-Sacroplastie eine effektive Behandlungsmethode zur schnellen Schmerzreduktion bei solchen Patienten ist. Insuffizienzfrakturen des Os-Sacrum, also dem Kreuzbein, sind bei älteren Patienten mit schwerer Osteoporose, Rheumatoider Arthritis sowie nach Cortison-Medikation oder Strahlentherapie mit einer Inzidenz von 1 bis 5 Prozent ein relativ häufig auftretendes Phänomen. Die damit verbundenen Schmerzen sind stark ausgeprägt und werden als invalidisierend bezeichnet. Diese Art der Fraktur ist mit Röntgenbildern schwer zu diagnostizieren. Auch im CT wird die Fraktur oft nicht erkannt. Die besten Resultate liefert das MRT mit stark T2-gewichteten Bildern, bei denen sich ein Ödem frühzeitig nachweisen lässt. Als Behandlungsmethode kann die Sacroplastie mit einer Ballonaugmentation analog zur Kyphoplastie durchgeführt werden. Die Autoren untersuchen in ihrer Studie die Durchführbarkeit und Sicherheit dieser interventionellen Methode. Zudem ermitteln sie mittels einer visuellen Analogskala die Schmerzintensität vor und nach dem Eingriff. Als Untersuchungsgrundlage dienten den Autoren 25 Patienten, die alle eine isolierte Kreuzbeinfraktur aufwiesen und schwere Osteoporose aufzeigten. Bei allen Patienten wurde eine CT-gesteuerte Ballonsacroplastie durchgeführt. Der Ballonkatheter wurde über eine Hohlnadel in das Kreuzbein eingebracht, um eine Zementverteilung in longitudinaler Achse zur Fraktur zu erreichen. Der dadurch geschaffene Hohlraum wurde dann mit PMMA-Zement aufgefüllt. Die Schmerzintensität wurde vor der Intervention, am zweiten Tag sowie sechs und zwölf Monate nach der Intervention, mit Hilfe der VAS bestimmt. Die Studie hat zum Ergebnis, dass die Ballonsacroplastie bei allen 25 Patienten gut durchführbar war und im Kontroll-CT sowie der Röntgenkontrolle eine ausreichende Zementverteilung im Kreuzbein festgestellt werden konnte. Eine gefährliche Zementleckage konnte in keinem der Fälle festgestellt werden. Für die Schmerzreduktion ergab sich folgendes Resultat. Vor der Operation lag der von den Patienten angegebene Mittelwert der Schmerzintensität bei 8,3. Bereits am zweiten postoperativen Tag war eine deutliche Schmerzreduktion festzustellen, da der nun angegebene Mittelwert nur noch bei 2,7 lag. Nach sechs und zwölf Monaten lag er ebenfalls nur noch bei 2,5 und blieb somit stabil. Fazit Die Autoren konnten in der Studie nachweisen, dass die Ballonkyphroplastie bei Patienten mit osteoporosebedingten Insuffizienzfrakturen des Ossacrum technisch durchführbar und ohne feststellbare Sicherheitsbedenken ist. Zudem konnten sie mittels einer Schmerzintensitätsmessung zeigen, dass die Intervention nachweislich zu einer deutlichen Schmerzreduktion führt und diese auch dauerhaft stabil bleibt. Somit ziehen sie das Fazit, dass die Behandlungsmethode effektiv ist und eine schnelle Schmerzreduzierung für die Patienten verspricht.